Das ist Arthur. Arthur. Ich bin Arthur. Ich weiß. So ein Spinner. Der ist auch Arthur. Der hat das Spiel nicht kapiert, sag ich euch. Der hat das Spiel einfach nicht kapiert. Guck hier zu und lerne. Lern? Bei dir. Pass auf jetzt. So nah wie möglich. Hast du dein Zeug da verbraucht? Ich bin der Tödlicher. Du hast dein Zeug verbraucht. Na und? Ja, ich brauch das nicht. Ohlo. 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 Okay mein ich. Ohlo. Ohlos. Schöne Landschaft. Oh. Ich dachte ich kann mir einfach mal die Kamera drehen. Manchmal ist es schon ein bisschen eigenartig so. Man hat nicht viel zu tun, oder? Weil sonst wird dein Freund der Ball hat. Nice. Ich glaub ich das nicht mehr. Junge gib gib. Ja in die Markengegend. Ja bam bam zack Junge. Hier nimm. Abraham Lincoln Junge. Haha. Wo war ich den hingeschossen auf? Und die Klöten. Nee. Ja. Ich will meine Knarre. Nein du musst es anzünden gehen. Achso. Jetzt. Nein was machst du? Ja ich hab's alle 3 erschossen. Ja aber scheiße. Was? Achso. Ja. Herzlich willkommen zum zweiten Teil. Ist das nicht der dritte? Naja eigentlich der dritte aber der erste ist ja verloren gegangen. Ja. Ja. Ähm ja zum dritten Teil. Dritten Teil von Red Dead Redemption 50. Red Dead Redemption. Nicht. Ja. Ja. Sag das richtig. Sag das richtig. So. Aber Teil 2. Achja. Ja. Irgendeinem Teil. Also zur Fortsetzung von dem anderen Video. Das was wir gerade gemacht haben hat mich mega an was erinnert. Was denn? Kann ich jetzt nicht erwähnen weil da geht's um andere den. Achso. Pupstuber. Ist doch egal. Springst du mal da drüber Alter. Also da geht's um so einen YouTuber der heißt Mo. Aha. Und um so einen YouTuber der heißt Revinzeit. Okay. Kurz gesagt Revi. Ja. Und da hat Mo mit Revinzeit gekämpft. Und da hat Revi ihn erwürgt. Achso. So offener Couch so. So erwürgt. Und das einzige was Mo gemacht hat in dem Moment ist die Kamera schön hingestellt. So dass man's auch wenigstens sieht. Und da hab ich so gelacht. Ich hab irgendwie so eine Stunde lang gelacht. Video nicht in der Videobeschreibung. Video nicht in der Videobeschreibung. Was? Grüße. Schon wieder. Wir haben ein paar Konservereien und am fettesten von allen schreit macht Essen. Ich will kein Plaster essen. Ich will kein Plaster essen. Nein wir brauchen richtiges Essen. Ich hab 50 Tage lang nur Plastispäne gefressen. Guck mein Gesicht an. Schau mal ins Gesicht. Ich hab ein Plastigesicht. Zu viel Plastikspäne. Ach ja. Ich glaube ich hab schon 20 Dollar gesammelt oder? 20. Fast. Fast. Da schlägt der mit seiner Suppenkenne den Hasen tot. Und Charles. Oder wie der heißt. Dutch. 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 Also der ist das. Das ist Charles oder? Das ist Arthur. Arthur. Ich bin Arthur. Das ist kleiner Spinner. So ein Spinner. Der ist auch Arthur. Das Spiel nicht kapiert. Sag ich euch da. Das Spiel einfach nicht kapiert. Das war ein Eiweеру, aber Leute. Beste Erwürgen. Beste Erwürgen. Man Behörg bissw- Mern recognise seine Otter. Manchmal muss man sein Sohn erworgen. Homer Simpson? Sind sie Ipss? Sind sie homer Simon? Ha? Bin ich Homer Simpson? Vielleicht- reverse schreiben- in Klingel brealam Speierbildern. Bin ich Homer Simpson? Aber vorhin war ich Knossi auf jeden Fall. In dem Video. Ja, das müsst ihr auch noch gucken. Wenigstens am Anfang. Ich musste lachen, es hat mich voll an Knossi angerufen. Seht's heute noch hoch, ne? Ich schlag's gerade hoch her. Musst mich gleich ab und zu mal rübergucken, wenn's fertig ist. Also für euch ist das nicht heute, weil die Folge hier kommt wann anders raus, aber... Das Video, was ich jetzt hochlade, von Handschaudern, da hat er Knossi nachgemacht. Nein, nicht nachgemacht, das war eigentlich mit Absicht. Ja, aber... Das hat mich bloß an Knossi erinnert irgendwie. Ja, mich auch. Ich möchte erst... Oh, ich musste lachen, als ich's gesehen hatte, im Nachhinein. Man kriegt's ja immer selber nicht mit, wenn man... ... wenn man gratis streamt. Ja. Ach ja, man müsste viel mehr Zeit haben. Millionär müsste man sein. Millionär, was würdest du machen, wenn du Millionär wärst? Ich würde mir alle Spielen und Konsole der Welt kaufen. Naja, nicht der ganzen Welt, weil in Japan... ... da gibt's über so eine Million Konsolen. Echt? Ja. In Japan? Ja. Ich schwöre. Eine Million, Alter, du spinnst. Und da ist letztens so... Also ich schwöre, da ist so eine Xbox... Äh, ne. Ich glaube, ich schwöre, da ist so eine Konsole rausgekommen. Sie sah aus wie so ein X. Das war vielleicht eine Xbox, du Spinner. Nein. Weil... Weil... Ne, ich glaube, früher sahen die Xboxen aus wie... ... wie Xer, oder? War eine Xbox früher nicht ein X? Nein. Nein. Nicht? Das ist so eine... Aufnahme nicht ruiniert. Schon wieder. Wir haben das jetzt auch schon zum... ... zweiten Mal aufgenommen. Ja. Weil der es schon wieder verkackt hat. Ich hab's schon wieder vergessen. Oh, jetzt habe ich mir... ... eine Checkliste angelegt. Die hängt da unten... ... aber da steht Checkliste Video. Nvidia-Mikro anschalten. Weil dieser Kack-Buhn das nicht hinbekommt. Ja, Mann, ich wär' alt, Alter. Ja, Alter, 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 Alter. Alter, du gehst mir auf... ... auf meinen alten Sackchen. Du mir auch, ich muss das ja mehrmals machen. Jedes Mal. Da waren wir nicht das Gleiche immer. Ja, aber es nervt schon. Ich hab' mich ja geärgert, vor allen Dingen, weil wir eine Stunde gestern... ... eine ganze Stunde hier... ... Videos aufgenommen haben, um uns die Seele aus dem Leib gequatscht. Splitten, so. Ja, Splitten. Das machen wir heute auch. Und heute machen wir das auch, weil wir... ... euch nicht mehr als eine halbe Stunde von uns zumuten können am Tag. Haben wir eigentlich... Achso, ich muss den Wecker stellen, Alter. Haben wir einen Speicherstand eigentlich... Fünf Minuten sind wir schon. Haben wir eigentlich einen Speicherstand, bevor alles angefangen hat, oder müssen wir... ... noch mal... Ja, wir müssen noch mal anfangen, da siehst du's doch. Auch mal fünf Minuten sind schon weg, dann mach' ich mal... ... auf... ... oder... ... 22 so starten. Oder ich hol' mir das Spiel. Folge Charles, Charles ist weg. Charles, siehst du, ich hab' da recht gehabt, der heißt Charles, Alter. Ja. Du holst ja nicht das Spiel, Alter, wir spielen das jetzt hier. Nee, ich meine nur... ... ich hol' mir dann irgendwann das Spiel... ... und dann, äh... ... mach' ich eine Übertragung über Steam... ... äh, über Discord... ... und dann sehen die Leute das. Hey, stopp' hier einen Moment... ... ich sehe was... ... geht's dir gut? Geht's dir gut? Soll ich ihn wirken? Ich wirke dich gleich wieder. Soll ich runter von dem Gaul, wo ist mein Boden? Am Pferd. Komm her. Tapp, du Kek. Ja, warum jetzt nicht? Tapp, du Kek. Daaa! Du musst jetzt zuerst zu dem reden. Streichen? Muss erst ein Pferd haulen... ... ich dachte gerade, das Anderer hat sich angekackt... Oh, das ist er nachher! Wer dich weglatschen, oder? Echt? Weiß ich nicht, sieht sie aus... Oh, oh, oh! Oh, oh! Oh! Das hat Charles gesehen... Das hat Arthur gesehen... Das hat Arthur gesehen... Was wir gleich wieder lernen, wenn du dich dukst. Genau. Genau. Lass jetzt den Ball liegen, Alter. Ist einer. Das ist meiner. Ja, mir ist langweilig sonst. Du darfst zurückreiten, du Spinner. Ich soll... Ja, das ist ja mehr kurz. Da ich gestern schon mal gespielt habe, weiß ich, wo das Reh ist. Ich brauche die Pferde nicht suchen. Ich bin nur hier, um diesen Keck die Steuerung zu erklären. Oder wieder zu erzählen, wie die Steuerung ist. Und um euch zu unterhalten. Mit B? Für was anderes bin ich nicht hier. Nein. Und um zu reiten, lange Strecken. Wie konnte ich eigentlich die Pferde suchen? Mit mittlerer Maus, das steht immer noch da unten. Achso, ja, stimmt. Die Pferde? Die Pferde. Die Pferde, nicht die Pferde. Ich habe es alle gehört, Leute. Die Pferde. Die Pferde. Pferde. Genau. Alles war cool. Pferde! Das stimmt nicht. Das stimmt nicht. Heute ist wirkt einen Sohntag. Das ist auch die Folge. Wirkt den kleinen Scheißer. Ich weiß jetzt schon, wie die Folge heißt. Das ist gut. Jetzt schon Titel für die Folge. Du bist ein Model oder was? Model? Hier sich immer seine Loten zurecht zupft. Ja. Ich will gleich die Schere. Dann soll ich es sonst umspielen. Nein, ich weiß, das habe ich nicht mehr. Guck hier zu und lerne. Lernen? Bei dir? Pass auf jetzt. Jetzt. Ja, jetzt, jetzt. Jetzt nehme ich den Bogen. Warte. Du bist okay. Gleich ist das viel tot, Junge. Du kannst gar nicht. Wieso hat er nicht geschossen? Hä? Mal gucken, ob es Papa heute noch hinbekommt. Wieso hat denn der Idiot nicht geschossen? Weil du vorbeigeschossen hast. Nein, habe ich... Ja, jetzt, zum dritten Mal. Aber ich habe vorhin gezielt, genau auf den Hals, Alter. Du hast mich aufschwielen, Alter. So eine Scheiße. Du hast mich schwielen. Du hast die falsche... Du hast Rechtskrieg losgelassen. Nein, habe ich nicht, denn ich bin durch behämmert, Alter. Ich habe linke Maustaste gedrückt und losgelassen. Scheiß Dreck, hör auf an, beim Sitz zu reiben. Beim Sitz zu reiben? Mist, Elender. Wir hätten schon längst wieder zu Hause sein können. Das ist einfach zu schlecht. Ich renne jetzt hier. Das ist einfach zu schlecht. Da auf der anderen Seite. Und das waren auch die zwei, die du gestern schon erschossen hast. Wo sind das vier, was ich jetzt... Ja, das ist jetzt weg. Du brauchst sowieso nur zwei. Ja, aber wenn ich eins davon erschieße, renne das andere auch wieder weg. Ja, aber ich habe beide letztens bekommen. Nein. Doch, ich hatte beide bekommen. Das eine ist weggerannt und dann habe ich während des Rennens erschossen. Das stimmt aber, Dings. So, jetzt hier, guck jetzt da. Soll ich das machen? Wartet. Wartet. Ja, mach. Also, nee, der Pfeil fliegt auf das Pferd. Nein. Was machst du denn? Warte, psscht. Leise. Da unten. Wo? Das da. Na, das habe ich doch gesehen. Das ist jetzt noch eins. Aber, das ist jetzt noch eins. Schieß jetzt. Warte, ich will mich näher heranschleichen. So nah wie möglich. Hast du dein Zeug da verbraucht? Ich bin der Tödlicher. Du hast dein Zeug verbraucht. Na, und? Ja, ich brauche das nicht. Dein Dead Eye. Ja, aber ich brauche das später. Siehste. Wunderbar. Ich bin ein Jägersmann. Halb-Internator, habe ich dir noch gesagt, Alter. Oh, ich bin gut, wenn ich ihn auf meine Schulter bekomme. Den einen zusammen. Ah, das kannst du sowieso nicht. Da ist auch noch eins. Oh. Ich muss ihn so nicht mitnehmen. Oh. So. Na dann zurück. Ach nee, ich muss ja das Pferd rufen. Hab ich halt gedrückt? Nein. Das ist ja J. Oder? Also. Ich hab mich schon angedrückt. Nee, J. War schon nicht. Guck mal, er rennt weg. Ja. Wo ist man gehört? Ihr rennt nicht weg. Da ist es. Ich kippe sie in ganz Werken. Springen mal einen Stein runter. Ein Hang, bitte. So muss ich das und muss man gedrückt halten. Letzte Mal zum Erreich, dass es angetippt hat. Wie jetzt ist eh. Aufsteigen und fertig. Aber ich hab das Redaufgefahrt. Ich dachte, ich darf zurückreiten. Ach so, ja. Okay. Ey, was macht das Pferd? So los, dann reite zurück. So, wir haben mal kurz vorgespult. Damit ihr euch nicht dieses belanglose Gelaber anhören müsst. Während die Typen hier reiten. Und, ja, das Pferd ist mit dem Reiten. Ist halt langweilig, weil wir reiten einfach nur rum und, ja. Erzählen irgendwas. Wieso reitet er nicht weiter hier auch noch? Ja, komisch. Wir haben Fressen mitgebracht. Hä, mein Pferd war aber nicht ins braunen, gefleckt. Hä, weiß gefleckt, den braunen. Oh, meins. Ist schon dein aber schöner als meinst. Dein soll nicht so schlecht. Ich weiß gar nicht, wie mein Pferd aussieht. Oh, es scheißt wieder. Oh, diesmal ist er sogar auf den Tisch geknallt. Nee. Er wills dort hin. Schmeiß hin in den Müll. Äh, das Tier. Ja, ich bin ein Kamprat, loiterin' in der Kitschinen. Ist das any way to greet an old friend? I feel like we haven't spoken for days. I do my utmost to the whole life. You love me really? Ach so. No, it isn't. Weg. Flasche weggenommen. Echt? Ja, ja. See, you got on just fine. Charles is a wonder. Have a drink, boys. You earned it. Nein, Dinger geben. Die auch. What is that? Navy Russian. What is that? Das ist Spuke und Kotze von den Anderen. Gesammelte Auswürfe. Ah, ja. Ja, klar. Weiss ich. Ist da ja drin? Ach, der hat sich daran verbrannt. Wer? Charles. Ich dachte, da hat sie sich erfroren irgendwie. Das ist Schatz. Das ist Schatz. Das ist Schatz. Ja, ich weiß. Sof jetzt hier, wenn man aufbricht. Wie eine Kokosnuss. Er schät ihn wie eine Mandarine. Alter, er zieht ihn komplett ab. Am Stück. Geil. Ja, wir sagten, du warst ein Butcher. Ich mache mich in meiner Freizeit mit einem Revention. So, jetzt der Fettsack. Ach, kriegt's nicht hin. Ach doch, hä? Ähm war es noch voller Fell. Ja, das ist ein bisschen ein Haken. Ja, das ist ein bisschen ein Haken. Nach all diesen Jahren. Ja, wir sind jetzt auf der Runde. 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 Haben wir abgekürzt, haben wir schnitten. Ja. Da, Gleiterhaken. Für Tiere. Oh, das wird morgen mit Pelz werden, so. Mit dem einen Typen da, wie heißt es nochmal? Der sich die Hand ver... Charles. Genau. Mit dem gehst du später noch saufen. Okay. Das ist halt richtig lustig. Hör jetzt auf, mir alles zu verraten. Und wahrscheinlich noch was was zu sehen. So, jetzt. Der arme Teufel. Er erinnert mich schon an, so ein Schauspieler. Das war's. Äh, Frohe. Dad's Rending. Ach so. Mit dem Haken. Einer hat mich dran. You're still here then? Oh, total verspannend. And you'll pay me. For the moment, just rest. Ja, oh, mach auch gutig aus. Dutch kommt. Haben wir den Zug überfallen? Of course I do. Hast du's nicht schon getan? Ah, nee. Was von mir übrig ist. Er tut so, als war er schon tot, man. Und jetzt würden die den Arm und Bein aufhören. Er ist ein Idiot, Abigail. Mhm. Wir wissen das alle. Mhm. Er will nicht. Aber wir werden uns vom Zug abhalten. Wir leben, Hosea, wir leben. Schau mal an mich. Wir leben. Aber wir brauchen Geld. Alles was wir haben in Blackwater. Du fancy heading back there? Nein. Nein. Auf dem Zug kriegt man 20. Ja? Ja. Das ist jetzt mal auch auf Roma, aber wir haben es gar nicht bereit. Okay. Okay. Okay, meine ich. Hallo. 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 Na los, jetzt reiten. Jetzt wird geritten. Wäre lustig so, wenn ich so reite, würde ich so reiten. Ja. Schöne Landschaft. Oh, ich reite. Mann, ich dachte, ich kann mir einfach mal die Kamera drehen. Nee. Nee. Ja, ich trage mich hinweg. Geh nur, wenn du die Knarre draußen hast. Achso. Kannst du gleich wahrscheinlich nicht rausmachen, oder? Nee. Weiß ich nicht. Ich reite einfach hin mit. Gute Idee. Ich erledige Lokführer. Schneemann. Ich will auch Schneemann. Mika. 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 Mit so einem Schneemann-Barber. Ja. 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 Gett, jetzt bist du so lang geritten, halt da hinterher, und bei dem Fluss, gleich bei den Steinen, wo dieser dünne Pfad ist, bist du einfach den Stein hochgerannt, statt einfach mit ihm mitzulaufen. Wann? Das letzte Mal. Ja. Wo die Aufnahme wieder kaputt war. Das Junge, sei es natürlich schon wieder verkehrt. Da bist du den Stein hoch. Tatsache, jetzt. Fällst du wieder ein. Easy, ey. Ja, ja, ja. Easy, boy. Spaß, wir sind easy hier hingekommen. Aber wann steht der da unten, weißt du? Der jetzt gleich einfach da unten drüben. Ja, ja, deswegen dachte ich letztes, das ist ein Fremdroll, ne? Oh. Stell vor, du nimmst das. Jetzt kannst du absteigen. Oh, nee. Du musst ja da unten drüben. Schau nach mir, scheiße, aus der Gepferde. Ich hätte so runter vom Pferd und der erstmal mit Geschweckersenheit. Ich hab... ...in... ...Story-Mode, ne? Was ich cool finde, das ist jetzt kein großartiger Spoiler. Es ist halt einfach nur zu tun. Da gibt es ja verschiedene... ...Kantries, so zu sagen. Ja. Und wenn so und so und so viel in dem Kantier getötet hast, so ein hohes Kopfgeld in dem Land, aber in den anderen Land hast du dann... Was ist denn das jetzt? So, dann starten wir es jetzt noch mal. Verstehe ich nicht kapiert, aber... Das hab ich echt... Aber weil das Scheiß-Spiel ja so viele Tastenkürze hat und wahrscheinlich hat sich das gerade auf die Kamera ausgewirkt... ...hab ich nicht kapiert. Ich auch nicht. Ich hab hier ganz normal R gedrückt. Ein Ratzle. Das ist ein Ratzle. Oh, ich durfte mal wieder E drücken. Krass. Okay, ich fände es in den anderen. Lass es schnell weg, bevor es rumst. Das ist lustige, was ich immer mache, ne? Hm? Ist, wenn ich irgendwie kämpfe oder in einer Ballerei bin, ja? Und einer lebt nur noch von den Gegnern, dann renne ich den immer um und boxt den auf der Erde zusammen. Weil du kannst ja, wenn du schüft und dann halt die Angriffs-Tasse, dann rennst du den so um und dann liegt er so auf dem Boden und du kannst ihn noch einen mitgeben oder anwohlen. Okay. Das ist lustig. So, jetzt. Funktioniert. Wir sind okay? Die Kamera war komisch, aber... Okay, kümmern deine Gesichter. Die Trainers sollen jetzt hier in einem Moment bleiben. Achso. Was geht? R? R? Wie R? Einmal R drücken. Genau. Ah. Hast du schon wieder vergessen, ne? Ja. Da, wir sind cool aus. Das stimmt. Wie echte Banditen, Mann. Stimmt, das sollte ich ja auch vielleicht immer machen, wenn ich Kopfgeld habe oder so, ne? Dein Tuch aufsetzen? Ja. Naja. Beziehungsweise, wenn ich in eine Ballerei reingehe. Ich vergesse nicht immer, dass ich deinen Kopf tue. Kann man das überhaupt machen? Ja, geht immer. Okay. Ja. Da kriegt es nicht ihr Backen, Alter. Wie kann man das eigentlich verkacken? Keine Ahnung. Du musst jetzt rennen. Du sagst, es war gut. R? R? Achso. Achja, stimmt. Da muss ich auf den Zug springen. Der eine wirft den Stein danach später nach dir. Ja? Ja. 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 Ausdauerstufe 3, yeah. Ja, baby, yeah. In online? Da, fahr weiter. Nee, der steige rum so. Achso. Schön. Auf euch drauf. Ich rutsche ab. Du musst jetzt ganz oft die Maus zusammen. Spam die Maus. Ja, 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 ja. Dafür, dass er mich nachher oder zum Dank dafür vom Zug tritt. So kann ich mal hier auch. Ich muss eigentlich mal eine Knarre nehmen. Ich weiß, dass ich in online einfach schon Ausdauerstufe 17 habe. Ich bin die ganze Zeit gerannt. Warte, lass ihn vor kurz. Äh, weil der Stich da noch einen anderen Typ ab. Warte, schleicht mit ein bisschen. Ich nimm. Ich kann sie später auch aufnehmen. Machen später. Ich hab's jetzt. Gut, jetzt. Junge, reicht. Da gibt's noch einen. Nimm die Pistole. Warte, lass ihn vor. Nicht schießen, nicht schießen. Ne, du hättest ihm sagen können, dass er von mir ist. Siehste? Jetzt. Ich hab mal geguckt. Du kannst auch irgendwie so dieses bam 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 bam. Dieses ganz Wied. Ja, fächern. Ja, genau. Ich weiß auch wie, aber... Ich glaub, ich kann... Ich weiß nicht. Ich kann halt erst spielen, wenn du Kontakt hast. Ich weiß, wenn du's mir erlaubst. Könnte ich dir mal zeigen. Da vorne sitzt man so armsehlich. Ich weiß, er reicht, glaub ich nicht, dass er Entdeckung nicht war. Nicht Entdeckung war. Ich kann einfach so ducken. Ich hab deine Kamera gedreht, ich war komplett gerade grob. Ja, weil sonst ducken wir mal bei mir auf C ist. Er schießt ja hinter uns ein noch. Das war vor euch. Du musst zuerst hoch. Weiß uns, wer dein Freund aber macht. Der euch ist nimmer. Hinter euch ist nimmer. Hör auf, gleich wirst du aber wirkt. Du kannst den auch vorlassen. Das würde ich aber nicht machen, den vorlassen. Nicht? Nein, nein, nein. Dann sag's doch gleich. Ich sag's nicht. Der kommt zwar jetzt ein, hat gleich einen Sprung. Aber wenn du den vorlässt, dann ist das richtig schwierig, weil du musst den dann... Ach so, das war ja dieser Typ. Ja, hab ich schon gesagt. Muss ich sie drückt halten? Nee, mehrmals, mehrmals. So, komm, 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 Junge, gib, 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 ja, in die Marken-Gegend. Ja, bam, bam, zack, Junge, hier nimm, April Lincoln, Junge. April Lincoln. So. Noch einer. Nee, du musst stoppen jetzt. Er wollte das machen, als du es gesehen hast. Er kriegt keine Chance, Junge. Der kriegt's nicht hin, ey. Yay. So, nice. Nimm deine Knalle raus. Mehr Götter kommen aus dem Weg zu. Mehr Gorts. Oh. Dann hab ich eine gegeben, Junge. Gegeben, Bruder. Hassi-Slang. Oh. Ja, hochkommt. Warte, ich bin... Ich bin im Kampfrausch. Ja. Ich bin da gestorben, weil ich jemanden umrennen wollte. Ich hab's nicht hinbekommen. Nee, das ist... Das ist ein Kumpel. Ja, das war sogar... Dings. Das war sogar... Dings. Dings. Wo war ich dem Inschutz? die Klöten ich dachte du hast Deckung gemacht und er kann sich nicht an den Stein decken weg dich hast du Kuh? ah ok deine Vorstellungsdach niemand mehr da Blinder die Ärsche Blinderst du jetzt ein paar Stunden? Nö, ich blinder nur alle nur ein paar Minuten schneidest du das da raus? Blinder, warum? das will niemand sehen klar, jeder will sehen was ich hier für Beute einfahre Vorspulen alle mal ein paar Sekunden vorspulen bitte Blinder ja, die Zeit vorspulen ja, wie soll ich jetzt vorspulen alter? nein, ich meine die leuchten es ist keine Zeit zum rumalpern was ich alter nicht rum ich erbeute ich erbeute wichtige Utensilien die ich auf dem Schwarzmarkt verjubeln kann ich weiß gar nicht wo man die Sachen verkaufen kann ich habe immer noch nichts gefunden wo ich diese Schmuck Sachen verkaufen kann ja, mein Inventar ist vorher wegen dieser Schleiste man kriegt so viel ich habe oh dein Pferd hat es zu dir gerissen ja eigentlich nicht ich habe einen Asch das Mann, da ist auch ich habe einen Sheriff ermordet halt ich hatte halt einen Sheriff erschossen ja und er hatte so um die Tausend Sachen dabei und den Konzert das konnte ich gar nicht alles mitnehmen okay hinten war noch ganz viele ja, da kannst du noch eine Schublade durchsuchen und nicht zum Schlussbuch nee, die hast ja schon durchsucht oder nehmen man stimmt okay nur es wüssten ich hab ich nicht mit Zigaretter waren dort es wo noch klar ist auch er warst du vorhin schon aufheben doch was ich auf jeden Fall in den Mann jetzt ich schmeiße ich raus ich meine, da ist noch ein Schokolade ich bin an den Antiragenten sonst geht der Monaco nein, was ist gestartet? da war ein Schokolade-Junger na und? kann man auch noch mal rein? da, was richtig wichtig ist ja? was? nein, weiß ich nicht gar nicht eigentlich haha 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 verarsch nicht, da ich bin an den Gruppen-Klasse was? haha stell ich da mal davor da dran an den Zug wann? na, wenn die schießen haha haha mach ich das geht aber nicht das geht ich möchte nicht, was passiert, ob sie dich abknallen oder ob sie sofort aufhören ja los jetzt äh, ich kann nicht schmachten gar nichts nö verschwenden wir auch meine Munition nicht kann zu wenig ah, okay ich hab mich erschrocken wo was? ey, hab ich ich hab keinen Hut mehr auf, wo ist mein Hut? wo ist mein Hut? boah, der gerade abgeschossen haha drück ich schmutzig mir ich war so da war so er ist dass ich das selber gespielt habe, dass dieser abgeklascht hat, also, komm, das knacken wir eine kann sich abknackt, ja und wenn ich beide anzündete ich weiß ich auch nicht mehr trotzdem die zu in die Knarre jetzt auch ich bin bei mir abknallt wo ich da kann ich dann wurde aufwanderen wo es ist nicht dass sie passen mussten damit sie auch eingehen da ist nicht bereit und dann bin ich eine Stunde stattgefunden Echt? Quatsch? Nee, eigentlich nicht, ich habe erst gedacht, das hat sie kommen, warum kann ich nicht eingehen? Ich habe es auf Space rumgehämmert, wie soll er auch aus? Geh rein! Na, ich darf nicht mehr mit Space geht auch! Nee, ich muss halt eh drücken. Das ist auch immer noch so, dass man auch andere Tasten macht. Das ist echt so. Ja, da ist der an der Nachricht hinter der Beherzehnte. Ich habe das schon mal. Richtig großen. Guck mal. Guck ihn an. Mika oder wie auch mal. Da. Nehmt es 200.000 und so, weißt du. Ja, das haben wir auch schon gelesen. Ja, wissen die Leute zwar nicht, aber wir lesen es auch nicht vor, Junge. Ne, ich... Soll ich es vorlesen jetzt? Na, warte, ich lese es mal kurz vor, ja. Mal vergrößern, damit ich überhaupt was sehe. Ne, drück R. So. Oder du lässt das so? Nein, ich möchte vorlesen. Ich möchte vorlesen. Hör mal zu. Nein, die Leute lesen es sich nicht durch. Hör doch erst mal den Vorschlag. Was denn? Lundern schlägt vor, Alter. Ich will das nicht hören, deshalb kannst du das ja im Nachhinein reinschneiden, oder? Wie ich es vorlese, oder? Wie soll ich das im Nachhinein reinschneiden? Na, wenn du schneiden willst. Ja, schneiden. Na, dann wie? Wie soll ich das im Nachhinein reinschneiden? Du machst so, dein Schneppe arbeitet seine Aufnahme, dann... Und halte ich dann im Hintergrund den Film so lange an. Naja, du pausierst, halt da wo man diesen Zettel so sieht, und dann sprichst du an einem Mikrofon und so, was da stammt. Das macht niemand. Man liest es live vor. Ja, da gar nicht. Doch, jeder liest es vor. Stimmt nicht. Fast keinen YouTuber liest es vor. Finde ich ehrenlos. Da 25. Ey, die habe ich das letzte Mal ja auch nicht gesehen. Ich auch nicht. Das ist das Jünger. Was soll ich jetzt benutzen? Ich will nicht benutzen. Mach das eigentlichen Animationen nur raus. In einem anderen Schrank nehmen wir auch. So, ne? Hast du das gemerkt, wie das ist? Die Kiste? Oder... Einfach, als Zufall? Hä, bin ich aus dem Schrank, hierher? Ich hab' ihn untersucht. Okay, weil ich hab' hier irgendwie, nicht so lange gesucht. So, wo ist denn die? weil ich habe man sich auch im Schrank durchsuchen Schrank schließen da war auch nichts drin Gero zur Bande zurück Kuchen Lauf Boah wie läuft er alter nehmt euch scheiße ich konnte noch was nehmen ich hab's vermasselt wo ist ein was? warum muss er denn das Geld geben? das ist ein Werbpapier warum weiß ich nicht weil er wahrscheinlich mehr Ahnung davon hat als Auffer also lass ich dir du kannst zwei gleichzeitig schießen ja aber du musst dich dann beeilen du kannst sogar alle drei auf einmal schießen ja du musst deine Waffe rausholen und dann musst du Dead Eye aktivieren und dann musst du auch die Köpfe markieren und dann loslassen beziehungsweise abdrücken meine ich aber ich habe zwei erschossen und den einen habe ich erwürgt beziehungsweise rot geschlagen ziehen 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 drück einfach tab ich hab's alle drei erschossen ja scheiße was nur okay sind hier lieber ich fand scheiße kannst du Lacki Luke sei so alle drei erschießen also schneller als sein Schatten Bam 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 alle tot da habe ich es wohl vermasselt richtig muscle top richtig kacke aber waren da nicht noch mehr ne es waren ja nur die zwei aber die sind ah ne jetzt kommen noch welche die sind nicht letztes weggerannt und nicht mit dem Pferd hinterher ja aber jetzt warst du halt einfach schneller um alle zu erschießen das ist schon mal ach so was war das ein Plus auf Launcher so hat mir bestimmt einer eine Nachricht geschrieben GESCHRIBEN wenn ich mal spielen darf das halb ich mal was ich den Leuten zeigen wollte wie ich meine halt einfach wie man alle drei einfach abknallt ach so ich muss ja den Zug fahren lassen ja wo wolltest du hin? zum Zug und ihn fahren lassen ach ja klar ach genau jetzt musstest du noch Space drücken ne? ja ja es ist idiotisch es ist so dumm hauptsache das Pferd stand ja schon da weißt du ja nochmal extra gefilmt noch ein bisschen näher an den Zug komplett sinnlos er wusste es ja nicht dass ich bis zum Zug geritten bin dass du selber zum Zug geritten bist wusste er ja nicht das ist so ein Grundblick gegen dich so aber ich glaube jetzt sind wir schon wieder zeitlich drüber oder? schuld ja schuld ziemlich ja dann sagen wir mal an dieser Stelle warte mal kurz gucken nicht schuld doch doch dann müssen wir an dieser Stelle leider tschüss sagen und ja eine halbe Stunde reicht sonst geht es euch auf den Sack uns auf den Sack so dann breche ich hier kurz ab und morgen geht es dann weiter genau weiter 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 mit dem da und mir gut tschüssi tschüss 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 Dich forbid das Volume im Century weil wie Untertitelung des ZDF, 2020